Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin bei 25.800 US-Dollar. Wir haben gestern im Livestream schon mal drüber gesprochen, dass hier diese Marke dann nochmal angetestet wurde. Wurde dann im Livestream auch angetestet. Wir haben es nicht ganz nach unten hingeschafft, was mich ein bisschen stutzig an der ganzen Sache macht. Trotzdem schauen wir jetzt einfach mal, wie könnte sich Bitcoin jetzt in den nächsten Stunden bewegen. Schaffen wir es endlich hier über diese Marke von 26.100 US-Dollar? Oder war das Ganze hier wieder nur ein Fake-Out und es wird weiter nach unten gehen? All das werden wir uns jetzt anschauen. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinkommen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Und auch da könnt ihr euch nochmal den gestrigen Livestream anschauen. Ansonsten kommen die Highlights jetzt so nach und nach immer auf den Zweitkanal. Da werde ich später auch nochmal ein Beispiel posten, damit ihr da auch auf dem aktuellen Stand seid. Und natürlich weiterhin die Aktion bei BingX. Registriert euch, zahlt 100 US-DT ein. Das ist der kleine Botschutz. Ihr müsst die 100 US-DT nicht verwenden, kriegt aber dafür schon mal 50 US-DT als Trading-Bonus. Ein 20 und ein 30 Bonus mit, glaube ich, 10er Hebel, die ihr dann verzocken könnt. Und also schaut euch das gerne an. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 25.800 US-Dollar. Gestern, schöne Bewegung, wie gesagt, zum Livestream, wo wir da gestern hatten. Erst eben dieser Dump in Richtung 25.300 US-Dollar. Wie gesagt, die Wicks hier unten wurden noch nicht gefüllt. Und das ist eben das Problem, was mich so ein bisschen stutzig macht an der ganzen Angelegenheit. Und dann ging es nochmal hier hoch auf 26.000 US-Dollar, wurden instant mit der nächsten 1-Stunden-Candle wieder abverkauft und bewegen jetzt so langsam aber sicher nach oben. Was man natürlich jetzt auch wieder hier so sagen könnte, ich weiß nicht, wer so Pattern-Freunde sind, da hätten wir hier ein Diamond-Pattern, was sich hier komischerweise bilden würde. Würde ich aber euch absolut abraten, davon zu traden, weil übergeordnet befinden wir uns einfach derzeit in der Range. Und solange wir diese Range nicht verlassen, wir müssen über die Marke von 26.100 US-Dollar kommen, um überhaupt mal nur ein Anzeichen dafür zu haben, dass wir hier ein bisschen bullisch werden, um überhaupt die Marke von 27.000 US-Dollar anzulaufen. Für mich sieht es momentan eher so ein bisschen dafür aus, okay, wir liquidieren hier auf beiden Seiten. Einerseits die Shorts von hier oben, obwohl die Oberkante nicht getriggert wurde hier an dieser Stelle. Und natürlich auch die Longs, die im Endeffekt hier sich an dieser Zone hier positioniert haben. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig weiterhin sein, wie das weiter ausgeht. Ich bin eher dafür, dass wir weiter nach unten hingehen. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir in den traditionellen Märkten gestern auch einen ordentlichen Drawdown bekommen haben. Wir sind beim S&P 500 deutlich nach unten hin gesackt. Also wenn wir uns das mal den gestrigen Tag angucken, 1,46 Prozent, dann auch der Nasdaq ordentlich, ordentlich unter Druck geraten. Gestern zumindest, es sieht jetzt auch nicht so dramatisch aus, kann aber ordentlich dramatisch noch werden. Da haben wir nämlich gestern auch im Livestream drüber gesprochen. Wir haben hier noch eine schöne Ineffizienz. Die Märkte an sich alle im Golden Pocket rejected wurden. Das heißt, wir haben ein tieferes Hoch gebildet. Die Strukturen, die News sind alle nicht wirklich bullisch. Natürlich beim Nasdaq ein bisschen besser durch die ganzen Tech-Werte und sowas. Aber von den Strukturen her deutet hier derzeit vieles auf eine Korrektur hin. Auch weil wir das ganze Jahr über beim S&P 500 mal glaube ich 20 Prozent, beim Nasdaq 50 Prozent Preisanstieg hatten, würde so eine Korrektur jetzt nicht unbedingt schaden. Deswegen sehe ich das Ganze auch bei Bitcoin bzw. Krypto ein bisschen kritischer derzeit einfach. Die Möglichkeit ist natürlich, dass wir hier nochmal hochgehen. Aber dafür müssen wir wie gesagt die Marke von 26.100 durchbrechen, bestätigen. Deswegen dann sehe ich auch nochmal Kurse von 26.800 bis 27.000 K. Aber ansonsten gehe ich derzeit einfach davon aus, dass wir hier momentan diese riesige Seitwärtsphase sich nochmal nach unten hin erübrigt. Und wir dann die Marke von 24.200 bis ungefähr 23.800 noch einmal testen. Und das war gestern eben auch Thema, wie es dann im Endeffekt weitergehen könnte. Ich bin momentan etwas zwiegespalten. Das hat auch mit eben diesen traditionellen Märkten zu tun. Da wird es später, da habe ich schon die Highlights geschnitten, wird es später nochmal ein bisschen ausführlicher eben auf den Zweitkanal dann kommen. Dass wir einerseits hier natürlich das Golden Pocket haben, wo wir eben gerade darüber gesprochen haben. Andererseits diese riesige Ineffizienz, die hier unten noch liegt. Und das würde eben, wenn wir uns die traditionellen Märkte hier im Hinblick ein bisschen angucken, zwei wichtige Marken darstellen. Entweder wir brechen das Golden Pocket bei Bitcoin durch, dann werden sehr, sehr wahrscheinlich auch die traditionellen Märkte uns den Vorsprung geben. Beziehungsweise die traditionellen Märkte genauso durchs Golden Pocket fallen, die nochmal ein tieferes hoch machen. Und das würde natürlich Krypto dann nochmal in Richtung 20.000 US-Dollar bringen. Ist natürlich jetzt alles erstmal noch ein bisschen Zukunftsmelodie. Kurzfristig, wie gesagt, bleiben wir dabei, die 26.100 US-Dollar Marke muss nach oben hin durchbrochen werden. Nach unten hin, wie gesagt, wäre es eigentlich ganz cool gewesen. Und das hätte mich ein bisschen bullischer gestimmt, wenn wir hier diesen Wig komplett aufgefischt hätten. Close aber da drüber. Das heißt, in diesem Wig muss es nicht komplett nach oben hingehen, aber einfach da drüber, um dann eine Aufwärtsbewegung zu starten. Aber so wie es jetzt derzeit ist, wirkt es alles für mich alles so ein bisschen so, naja, dahingeschissen. Muss man ganz fairerweise so sagen. Und nicht wirklich nachhaltig. Und deswegen bleibe ich erstmal noch ein bisschen auf der Seitenlinie, bleibe eher so ein bisschen bei den traditionellen Märkten. Und dann warten wir hier erst einmal ein bisschen ab. So, dann gab es gestern noch Ethereum-News, deswegen auch dieser Ausschlag nach oben, was wir wahrscheinlich dann Bitcoin auch ein bisschen nach oben getrieben haben. Und zwar ARK Investment will auch ein ETF für Ethereum machen. Ob das jetzt alles so sinnvoll ist, sei echt mal dahingestellt. Diese ganzen ETF-Sachen da, ne. Wenn es so ein Bitcoin-ETF macht, okay, aber du brauchst das nicht für jeden Altcoin oder Shitcoin dann irgendwann ETF, so gefühlt, ne. Hat natürlich Ethereum deutlich nach oben hin geballert, aber im Endeffekt auch nur ganz, ganz viele Leute liquidiert. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir hatten gestern schon das Golden Pocket drin, dieses Übergeordnete. Wir sind nur bis zum 0,5er gekommen. Hatten nicht mal einen Close hier über der Marke von 1653. Das ist unsere wichtige Marke, die wir gestern schon drüber oder vorgestern schon drüber gesprochen haben. Kein Close darüber, Liquidität abgegriffen. Sofort wieder instant abverkauft. Und jetzt versuchen wir uns so langsam mal sicher wieder ein bisschen hochzuarbeiten. Könnte natürlich dazu führen, dass dieser WIG hier oben, der natürlich deutlich abverkauft wurde, dass wir uns diesen Bereich nochmal holen, sogar ins Golden Pocket hochgehen, die 1683 knacken und dann eben diesen massiven Dump sehen. Müsste natürlich Bitcoin auch mitspielen, dass wir dann im Endeffekt das gleiche Szenario auch hier sehen, dass wir hier dann Richtung 26, 26, 26, 8 auf jeden Fall nochmal steigen. Wird interessant werden, aber für mich auch Ethereum einfach weiterhin deutlich shortlastiger, anstatt dass es bullish ist auf jeden Fall. So, kommen wir noch zu den News. Umtrausch von Krypto in Euro bei Metamask ist möglich. Also ihr könnt auch hier über Metamask eure Kryptos in Euro umwandeln. Sehr, sehr geil. Da gab es ja schon vor ein paar Monaten, glaube ich, die News, dass es, ja, gewollt ist. Was man dazu sagen muss, allerdings ist diese Funktion derzeit nur in den USA, Großbritannien und Teilen Europas verfügbar. Daher sind einige, sind die einzigen Fiat-Währungen, in die verkauft werden können. USD, JPP und Euro. Aber es soll, wie geplant, weiterhin ausgeweitet werden. Also lest euch den Artikel gerne durch. Müsste mittlerweile auch in der Telegram-Gruppe drinnen sein. Kann ich nochmal ganz kurz nachgucken. Hier ist der Artikel, also lest euch den gerne durch. Ansonsten bleibt von mir nur zu sagen, wir hören uns wahrscheinlich erst morgen wieder. Aber wie gesagt, auf dem Zweitkanal wird es heute nach und nach immer mehr Updates geben. Gut, und damit war es das von mir. Wir hören uns, wie gesagt, dann morgen wieder. Krypto, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, Telegram-Gruppe joinen. Like da lassen, Abo da lassen. Und ja, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Wünsche euch einen schönen Tag. Und bis dahin, wie immer. Stay Krypto.